Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Rainbow Sixage, heute auf englischem Boden. Nein, hör auf, ich habe YouTube-Video an. Junge, dann mute ich mich und dann war es mit der Rainbow Sixage Folge mit dir. So, ich bin heute mit 200 FPS auf Herford Base in Ultra 4K. Na, ist ehrlich, 4K. Kann ich einstellen, ne, Aufnahmeprogramm. Und warum sind die Leute eigentlich nie schlau? Kohle, 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 Kohle. Kohle, 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 Kohle. Ich habe rausgetan. Junge. Kohle, 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 Kohle. Äh, Kupfer, ne. Bitte, schieß mir nicht. Machst du das? Was? Nein, weiß nicht. Und dann töte ihn. Du weißt schon, die sind unten. Und dann töte ihn. Ich weiß schon, die sind unten. Bitte, schieß mir. Ich habe die Räschen nach unten. Ich weiß nicht, ob wir das ist. Ich weiß nicht, was wir, da sind die Räsen. Maschle, die sind nicht mehr. Ich weiß nicht. Was? Oops, noob team Please, please kick Jekyll He's a noob Please kick He's a noob Cola 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 I am the one, the backseat, the woman, the nigga Hast du was eigentlich gegen schwarz oder warum redest du über nackte Männer? Junge, das hat crazy mir vorhin geschrieben Ja? Ja, nackte Schwarze Mach ich wirklich jetzt ins YouTube Video rein Mit deiner Nummer Ja, mach ich auch Viel Spaß, kannst du irgendwann Mitte Dezember sehen Mach 4 Videos Ja, kannst du eh nicht Nein, weil ich dich eh vom Channel verbannt hab Nein Du kannst das Video noch nicht mal angucken Weil ich die Leute ausschließen kann, die ich nicht will Ja, ich weiß, dir ist das klar Ja mache ich immer zu schön dass das war kürzer war schon mal kürzer komme ja upsala intergation Oh! Ja. Shit. Interagation. Noch eine. Ja. Aber ich hatte Schocken. Nein! Schade. Ja. Teste oben. Low HP. Also erstens Blitz-Interagation. Und dann nochmal Kevin. Äh. Hier. Wie heißt die Hibana? Nice. Kohle, Kohle, Kohle. Die, 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 die. Yeah, lol. Hacker. Hacker, report. Reportet den Typen da. Der baut die Scheiße. Ja, weil sie dich tötet. Es ist klar. Ich glaube, das ist sogar die dritte oder die vierte Folge in der sechsten Staffel schon. Lass mal sechste Staffel durch. Doch, wenn wir uns beeilen. Ja, komm, lass. Ja, wenn du mitmachst. Na, killen doch. Junge, er ist Kupfer. Er ist das schlechte Behandlung. Er hat einen schlechten Rang, Alter. Trotzdem Sieg oder Niederlage. 1,1. Was macht das? Ja. Junge, der steht da nur rum. Der ist AFK. Why are you AFK? Man. Na, mach doch. Ja, mach. Sein Mann, sein Mann. You was AFK. We are down needed. Heißt das überhaupt so? Don't need it? No. We are down needed. Wo sind die überhaupt unten, ne? Dann gehört die. Ja, komm mal mit mir. Oh Mann. Hä? Hä? Ich spraye auf ihn. Er stirbt nicht. Der hackt. Crazy Doc is um. Oh. Der kommt raus. Der kommt raus. Links unten. Ja, Ash. Behind you. Right side, right side, right side. One play come from right side. Noob. Na gut, meistens schaffst du es eh nicht. Du schaffst es eh nie, geht. Du schaffst gerade mal vielleicht gegen drei. Du schaffst es gerade vielleicht gegen drei Leute, ne? Aber nicht gegen vier. Wenn die alle aufeinander rushen. Außer du hast das MG von... Pfff. Ja. Fuse. Oder IQ. Oder... Kapital. Dann sag ich ja. Dann... Kann es sein, weil... Das Sch... Also das schnellste MG ist eben halt das von IQ, ne? Kohle, Kohle. Kohle, Kohle. Was ist mit denen los, Alter? Was ist mit denen los, Alter? Bist du hin? Ja. Oh, der ist mit dem... Alter? Putz in... Oh, der ist mit... Und... Jungen, was für ein Kontakt war die Granate denn? Junge, ich hab das in die Luft geworfen. Ja, klar. Hack. Er ist down. Ja, verloren. Und tot. Sag ich doch. Schade, das war's leider wieder für diese Folge. Ich hoffe, die nächste wird jetzt endlich mal wieder besser. Junge, bei mir haben die Blitze irgendwie besser gemacht, weil den seh ich jetzt fast jede Runde, ne? Ja gut, da werd ich auch immer Sniper nehmen, eigentlich. Kommt auf die Map drauf an. Also, wir sehen uns in der nächsten Folge Rainbow Six Siege Staffel 6. Ciao.